Hallo liebe Gäste der Bezirkshandlung MeinKinzig. Ja, Sie sind genau richtig. Ich lade Sie zu einem virtuellen Gästetag in meine Küche zu Hause ein. Sie können leider nicht in unsere Bezirkshandlung kommen, aber kommen Sie doch in meine Küche. Das Ganze findet am Freitag um 18 bis maximal 19 Uhr statt. Aber wählen Sie sich rechtzeitig ein, nicht dass Sie im Stau stehen und vielleicht das ein oder andere verpassen. Wie kommen Sie dorthin? Ihre Partymanagerin schickt Ihnen einen Link, den müssen Sie nur anklicken und schon sind Sie bei virtuellen Gästetag dabei. Was erwartet Sie? Er erwartet auf jeden Fall Rezepte, wichtige Sachen zu der Knallerwoche 46 und natürlich ein Begrüßungsgeschenk. Wie auf jeden Gästetag, wenn Sie unsere Bezirkshandlung besuchen, bekommen Sie natürlich auch hier ein Gastgeschenk. Das ist am Freitag diese Flasche aus unserer Eco-Serie. Die bekommen Sie, wenn Sie an dem virtuellen Gästetag teilnehmen. Ich freue mich auf Sie. Und natürlich haben wir noch was Besonderes. Es gibt hier diese fünf Schüsseln, die am Freitag eine große Rolle spielen. Deshalb wählen Sie sich ein. In unserem Gästetag seien Sie pünktlich. Ab 18 Uhr lasse ich Sie in meine Küche mit rein und seien Sie gespannt, wie ein Gästetag virtuell funktioniert. Ich freue mich auf Sie. Bis Freitag und wir haben ganz viele Flaschen für Sie reserviert. Bis dahin. Tschüss.